Hallo, hier ist wieder mit SpanXY EinfachMülti. Jetzt geht's weiter mit Sygnatica bei der Zero. Mit 47, Staffel 2. Ich bin gerade wieder nach Hause gekommen. Aber ihr wisst, was man erstmal machen muss. Wenn man nach Hause kommt. Ein Kaffee. Kaffee muss sein, sorry. Wir müssen uns um die Ecke kümmern. Sehe ich gerade so. Ja. Wurde es ausräumen? Oder ausräumen? Der Koch. Ah. jetzt geht es weiter wir haben noch ein Ei gefunden äh das raus damen warte mal kurz fanner mit batterie aus gut kann man machen ok mal weiter ausräumen warte mal warte mal wollen wir den Schüssel bauen müssen wir ja doch noch dahin ah wollte ich eigentlich nicht mal hier haben wir die Schüssel hier haben wir die Schüssel hier haben wir immer noch eine Bahn noch keine Bestandteile hier 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 das hier 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 So, von dem Bonner hin, ja. Da haben wir schnell was gegessen. Wo hab ich noch einen Kaffee bekommen? Warte, ich bin hier rein. Ein zweiter Kaffee muss sein, sorry. Wofür du bledet? Okay. Oh. Oh. Ja, nein. Ne. Schade. Nein! Und ich war der Kaffee sehr, als ich jetzt... Okay. Oh. Oh, unser Energie ist auch wieder voll. Hat ich hier hinten eigentlich mehr drin gehabt eigentlich gehabt? Ach, nein. Alles weg. Okay. Na Gott. Wascht. Gutschu, gutschu, gutschu. Gutschu, gutschu. Ich hab mir... Ich hab mir... Ja. Was ist die Kalle? Was ist die Klasse? Äh? Äh. Ich hab mir die richtige Flaschen mit. Ja. Mal Lied. Mal Lied. Moral. Da ist meine... Ich hab viele Teve im Himmel. Oh, ich sehe die... Meine essen und widerste... Hä? Wirklich. so ja wieso kann man eigentlich oben nochmal die ganzen abbernten der voll beim zweiten mal mach mal Ah Aber Die Boden konnte man nie anpflanzen, oder? Hat man ja da schon mal ein Problem. Ah ja. Ja, ich werde einen Daumen auf dem Weg zum Beispiel. Ich werde den Daumen hoch bekommen, aber ich werde das nicht sagen. Ich werde den Daumen hoch, aber ich werde den Daumen hoch bekommen. Das ist mir da, dass ich da. Kinalbau, wir brauchen Gennerbrau Wir wollten ja noch Warte Bautings Ich dachte nicht, dass wir so schnell was finden Brauchen wir einen Scannerraum da oben? Hehe Wollen wir da oben Großen Raum hinsetzen? Oder wollen wir so einen kleineren Raum hinsetzen? Oder so eine Tauchstation Ich nehme den da Den nehmen wir Und das gleich mit Das wäre schon cool, oder? Gesehen wir auch? Gesehen ganz viele Außen brauchen wir nicht Binnen Brauchen wir das? Ne brauchen wir auch nicht Ne brauchen wir auch nicht Bio Reaktor brauchen wir nicht Das brauchen wir Das und das 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 Okay Gucken wir mal Gucken wir mal Gucken wir mal Gucken wir mal Machen wir mal Ros Ere 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 Nein, warum muss ich ein Glasdach machen? Brauchen wir ein Glasdach? Brauchen wir ein Glasdach? Ne, brauchen wir nicht. Lassen wir das Glasdach weg. Okay. Glasdach, Glasdach, Glasdach weg. Oh ja. Lass mal 100% nicht mehr. Okay. Was? Wollen wir den Kupferdreit einschlecken? Warte, machen wir noch. Okay. Dann brauchen wir ja was für die große Batterie. Okay. Pass. Okay. Was ist das? Was ist das? Latein? Blei brauchen wir Blei raus, Latein und rein. Blei raus, Latein und rein. Okay. Okay. Fertig. Hier weg. Oh mein. Dafür nehmen wir noch kurz. Okay. Und den Rest werden wir mal sehen. Genau. Wollen wir wieder anddocken? Okay. Okay. Mal probieren. Verrückt. Wie Okay. Mal probieren. Und deren das p So, also zurück. Ich dachte wir brauchen länger, aber ne ja. Ich dachte wir brauchen länger, aber ich weiß nicht, dass ich in den Tieren. Ich werde das Leben langsamer. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020